Zurückstellen, zurückwerfen wird. Wir sind jetzt in Ghana. Die Regierung muss gut aufpassen. Wegen hoher Ebene an Verrat, die dazu nimmt, sieht so aus, als hätten Ghana und die Schweiz den gleichen Geist. Verrat unter politischen Leitern. Wie ich vorhin sagte, werden politische Übeltäter ans Licht kommen. Das wird zunehmen. Jetzt bin ich in den Gemeinden, Kirchen in Ghana. Die Gemeinden müssen aus der Religion rauskommen, und starten, die Verbindungen zu präsentieren, und einen echten Lebensstil der Heiligkeit. Die Gemeinden müssen aus der Religion rauskommen, aus der Religiosität, und anfangen, Beziehungen zu leben, und einen entsprechenden Lebensstil voller Heiligkeit zu leben. Denn ich höre, dass die Heiligkeit abgelegt wurde, in so vielen Gemeinden in Ghana, und Gott ruft sie auf zur Busse, damit sie nicht weggetragen werden, vor lauter großem Ego, dass sie sich eine christliche Nation nennen, sondern eigentlich im Sterben liegen und auf dem Weg in die Hölle sind. Weil die Gemeinde nicht heilig ist. Gottes Herz ist sehr traurig über das, was in seiner Gemeinde in Ghana passiert. Wegen der Sündhaftigkeit, die in diesen Gemeinden vor sich geht. Ich höre den Herrn sagen, nenne dich nicht Christ, wenn du nicht lebst wie ein Christ. Wenn du nicht lebst wie ein Christ. Gott sagt, diese Zeit der Geduld läuft ab. Er wird sich gleich bewegen auf eine Art und Weise, nämlich, dass das Gericht in der Gemeinde beginnen wird. Und Gott sagt auch, Ghana sollte nicht vergessen, dass der Schutz über der Nation da ist wegen den Gemeinden, die gebetet haben und sein Angesicht gesucht haben. Und jetzt schlummern die Gemeinden oder sie vernachlässigen den Bund. Und so ruft Gott sie zurück in Busse. Und zwar beginnen bei den Leitern, dass sie anfangen sollen, heilig zu leben und auch wieder Heiligkeit und Reinheit im Lande leben.